Liebe Retro-Freunde, in fünf Tagen ist es soweit. Am 06.05.2023 findet in Duisburg die große Amiga Ruhrpott Convention statt. Und ich habe gehört, wer kommt? Michal Heiden macht Musik und Martin Hamer. Wunderbar. Alleine deshalb lohnt es sich schon. Wer sonst noch kommt, den erfahrt ihr auf der Webseite, die da hinter mir gerade in die Höhe gehalten wird. Genau. Und das ist unter www.amiga-ruhrpott.de. 17,50 Euro kosten die Karten. Schnell zugreifen und wir sehen uns am 06.05. auf der ARC.